Ja, moin Hedge, willkommen zu einem neuen Deck-Profile von mir. Und zwar habe ich euch heute Subterror mitgebracht. Ich mag das Deck, es ist ein gutes Control Deck, es müsste auch ein gutes Tier 2 Deck sein. Meine Liste müsste auch competitive spielbar sein. Bei mir gibt es kein Side-Deck. Einfach aus dem Grund, weil ich keine Turniere wirklich spiele. Aber ich habe es vor, vielleicht kommen dann auch irgendwann mal Side-Decks. Aber eigentlich, Side-Decks interessieren mich meistens auch nicht so bei Deck-Profiles. Wenn ihr wirklich was haben wollt, kann ich euch eins machen. Das ist kein Problem. Und falls ihr Kartennamen nicht lesen könnt, Decklist ist unten in der Beschreibung, damit wir das schon mal geklärt haben. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Unter-Terror-Guru. Den spielen wir dreimal, einfach weil es unser Searcher ist. Wir können unserer Hand durch den Flip-Effekt eine Unter-Terror-Karte von unserem Deck der Hand hinzufügen, was ganz nice ist. Und der zweite Effekt ist ein Schnelleffekt. Da können wir ein anderes offenes Monster auf dem Spielfeld wählen, es verdeckt legen. Und wenn wir das tun, können wir auch den Guru wieder setzen. Ist ein ganz geiler Effekt. Hat ein Hard-Wands per Turn. Ich glaube, alles andere wäre ein bisschen broken. Aber wir spielen auch noch die Unter-Terror-Unterweltlerin dreimal. Ich benutze sie meistens nur als Hand-Trap. Das mit dem Special habe ich bis jetzt selten benutzt. Sie zerstört leider nicht, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen Bastard, wenn die noch zerstören würde. Aber als Hand-Trap, die annulliert Zauberfalle oder Monster-Effekt, was ganz nice ist. Das kann schon ziemlich gut sein. Deswegen auch dreimal. Wir spielen, die kann man ein bisschen diskutieren. Wir spielen nämlich einmal die Unter-Terror-R2-Bogenschützin und einmal Unter-Terror-Behemoth um Maastrix. Ich finde den Effekt ganz nice mit dem Zurückmischen. Da brauchen wir halt ein anderes Unter-Terror-Monster. Und auch mit dem Special finde ich ganz nett den Effekt. Aber ich spiele sie nur einmal. Die spielt man meistens eh nur einmal. Man kann manchmal einen den Arsch retten. Aber wie gesagt, einmal reicht. Genau wie der O-Maastrix. Der kann nämlich als Flip-Effekt kann ein Monster banischen. Das wählt leider, was ein bisschen ärgerlich ist. Er kann sich selber nochmal setzen, was ein guter Effekt ist. Und wenn wir Monster verdeckt legen, zum Beispiel den Guru, können wir ihn spezial beschwören. Wenn der Guru das einzige verdeckte Monsters, was wir kontrollieren. Einmal. Ich komme später nochmal zu den zwei. Weiter geht es mit der nächsten Handtrap. Wir spielen den Dimensionsverschieber. Der kann ein bisschen bricky sein. Aber ich finde ihn ganz gut. Gegen manche Decks ist es ein FTK. Wir können ihn auch einfach in unserem Zug auf den Friedhof schmeißen. Weil uns interessiert es nicht, ob die Karten gebannischt werden. Wir spielen den dreimal. Wie gesagt, guter FTK, wenn der Gegner seinen Friedhof braucht. Und dann zu den nächsten Bricks. Wir spielen Dunkler Magier und den rotäugigen schwarzen Drachen. Einfach für die Superpoly, weil der Dragona Bustet ist. Bei mir heißt er Blauer Drache, weil er halt schon aus dem Starterdeck Yugi ist. Äh, Starterdeck Joey, nicht Yugi. Ist schon ein bisschen älter, deswegen heißt er da noch so. Und das war es eigentlich auch noch. Äh, auch schon mit den Monsterkarten. Und da kommen wir doch erstmal zu den Zaubern. So, wir spielen dreimal Topf der Gegensätzlichkeit. So, da können wir jetzt auch wieder diskutieren. Ich finde den Topf der Gegensätzlichkeit besser als den Topf der Extravaganz. Äh, weil ich gerne mein Extradeck behalten möchte. Ich will da draußen nichts bannischen, weil ich auch noch dreimal Superpoly spiele. Und so viel Special tun wir jetzt nicht. Deswegen habe ich mir den dreimal reingemacht. Wir können auch mit dem Deck so gut stallen, dass wir dann im nächsten Spielzug eventuell den Dragona holen können. Ähm, man könnte auch noch den Topf des Wohlstands spielen. Aber ich will nicht, dass meine Superpoly mir brickt. Das ist nämlich die nächste Karte, die ich euch, äh, präsentiere. Ich spiele dreimal Superpoly. Ich finde die ganz nice. Gerade wenn wir den Pensionsverschieber noch auf der Hand haben und können nichts mehr mit dem anfangen, können wir den einfach abschmeißen und für die Superpoly benutzen. Da hat er doch noch einen Zweck. Ähm, gerade gegen so Karten wie den Dragona hat das Deck schon ein bisschen Schwierigkeiten. Deswegen spiele ich die Superpoly. Und habe auch genug Targets im Extradeck. Deswegen habe ich auch den Topf der Extravaganz rausgemacht. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich mache lieber den Topf der Gegensätzlichkeit rein, weil ich nicht will, dass meine Superpoly mir noch brickt. Ähm, weil wir haben hier den nächsten Brick schon wieder. Ähm, rotäugige Fusion. Gibt es, denke ich, nicht viel dazu zu sagen für den Dragona. Deswegen auch dreimal. Wir spielen einmal den Unterterror-Höhlenkampf. Einfach, wenn wir vielleicht, uns fehlt ein bisschen Angriff, um was fertig zu machen. Dann können wir die Spiele ein Monster verdeckt legen und vielleicht so über das Monster kommen. Oder auch das, wenn wir Kampfschaden machen, eins vom Friedhof-Specialen können. Ist ganz nett. Deswegen nur einmal. Dann kommen wir zu der versteckten Stadt. Die spielen wir dreimal. Ist halt die Unter-Terror-Field-Zauberkarte. Eine Field-Spell. Ähm, mit der können wir uns eine Unter-Terror-Karte, äh, Unter-Terror-Monster-Searchen, wenn wir die aktivieren. Wir können Monster, was wir kontrollieren, verdeckte Verteidigungspositionen aufflippen, was sehr nice ist. Und wir können Angriff vom Gegner annulieren, wenn wir ein verdecktes Monster haben. Und das dann auch aufdecken. Das ist ganz nice. Deswegen dreimal. Ist leider keine Sub-Terror-Karte. Heißt nur die versteckte Stadt. Deswegen, wir können die nicht searchen. Ist ein bisschen schade. Aber dafür haben wir Landform und Setz-Rotation. Einfach, um unsere Field-Spells schneller rauszukriegen. Weil ich spiele nämlich auch noch Tal der Toten und Mystic Mine. Mystic Mine ein bisschen zum Stollen. Und vielleicht will der Gegner Removal auf die Spiele. Dann können wir auch ein bisschen baiten oder negate baiten oder sowas. Deswegen Mystic Mine. Und Tal der Toten, wenn jemand ein Deck spielt, wo er viel banished oder Karten-Special vom Friedhof, spielen wir die. Da können wir auch schon ziemlich gut Cockblocken oder halt auch negate baiten. Das war es aber auch schon mit den Zaubern. Und jetzt kommen wir zu den guten Fallenkarten. Wir spielen natürlich Metaversum bei den ganzen Field-Spells, die wir spielen. Und auch zweimal die letzte Schlacht des Unterterrors. Das ist eine ziemlich bastete Karte. Die hat nicht mal ein Once per Turn. Wir können die nach der Aktivierung wieder setzen. Und wir können Monster flippen. Und wir können Monster wieder setzen. Und wir können sogar ATK und DEV. Das habe ich nie benutzt. Ich habe ja auch nie gelesen. Bis zum Ende gleich der Summe seiner Grund-ATK. Okay, wir können den Angriff verdoppeln. Das ist auch ganz nice. Und der wichtige Effekt. Also ich benutze meistens nur die ersten zwei oder den letzten. Und in dem Spiel können aktivierte Effekte von Unterterrorkarten nicht annulliert werden. Was auch sehr nice ist, da gibt es eine Spicy Engine mit, wie heißt es denn? Mit Kräfterauben. Da können wir nämlich letzte Schlacht aktivieren. Und dann, auch wenn wir Kräfterauben aktiv haben, können wir dann die Sub-Terror-Effekte benutzen. Ist ganz nice, aber ein bisschen blöd, wenn ich den Dagoner spielen möchte. Aber jetzt kommen wir zu unserem Floodgate. Sorry, wenn ich die gerade so schlecht erklärt habe. Ich habe mir die nie wirklich durchgelesen. Ich wusste immer, was er kann. Und habe eben noch so gesehen, die ATK und DEV. Ich wusste gar nicht, was er macht. Ja. Aber wir spielen ein dreimal Beschwörungslimit. Da wir nicht so viel beschwören. Wir setzen meistens eine oder wir setzen eine und holen den Dragona. Das geht ja auch. Da haben wir nicht mal zwei Beschwörungen gemacht. Und deswegen für die meisten Decks tut es weh. Der Beschwörungslimit für uns nicht. Ist ein ekelhaftes Floodgate. Dazu gibt es noch zu sagen, ich könnte, es kann nur einen geben spielen. Aber ich weiß nicht, was ich rausmachen will. Ich könnte den Umastrix natürlich rausmachen und die Bogenschützin. Und noch vielleicht ein Fieldspell oder sowas. Oder eine Superpoli. Aber ich würde schon gern das alles drin lassen. Ich habe jetzt so gegen meine Kollegen gespielt. Die spielen auch sehr gute Decks eigentlich. Und da hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen gibt es bei mir jetzt keine... Es kann nur einen geben. Kann man aber reinmachen. Bleibt ja jeden für sich selbst offen. Und ich würde sagen, wir spielen hier auch noch dreimal feierlicher Schlag. Ein guter Negate. Und dreimal feierliches Urteil. Sorry, wenn ich die Stapel hier gerade so vergewaltige. Aber ja. Um den Gegner halt maximal zu zerstören. Wenn wir zwei davon setzen oder sowas, ist es meistens schon GG. Wenn wir da noch einen Guru oder sowas haben, dann tut es ziemlich weh für den Gegner. Ist eine geile Karte. Deswegen auch dreimal jeweils. Und das war es auch schon mit dem Main Deck. Ist ein 42 Karten. Main Deck, weil ich mich nicht entscheiden kann, wie es wirklich spielen will. Es würde ja noch mehr werden, wenn ich dreimal Es kann nur einen geben spielen würde. Und so viel möchte ich da jetzt auch nicht reinpacken. Soll kein 50 Karten Deck werden. Und da kommen wir auch schon zum Extra Deck. Wir spielen einen Dragoner, weil ich eine arme Sau bin. Deswegen gibt es nur einen. Wir könnten auch dreimal spielen. Dann könnten wir auch den Topf spielen. Das war auch noch ein Grund. Aber ich will hauptsächlich tatsächlich mein Extra Deck behalten. Ist eine Bastard Karte. Ich denke, den kennt jeder. Den fürchtet jeder. Ja, deswegen spielen wir den. Wir spielen natürlich super Poli-Target. Den Alma-Duke. Drei Link-Monster, wenn ihr gegen ein Link-Deck spielt. Einfach weg Poli ihn alle. Und dann holen wir den Alma-Duke. Genauso wie den Raubpflanze-Dragostapelia. Die spiele ich aber dreimal eigentlich. What? Ah ne, da liegt es ja dreimal. Idiot. Ich weiß gar nicht, warum ich es dreimal spiele. Man könnte noch eine tauschen gegen den Zebaros. Aber ich mag den Dragoner nicht. Deswegen spielen wir die dreimal. So. Wir spielen aber auch zweimal die andere Raubpflanze. Also die große Raubpflanze. Die kostet mittlerweile 10 Euro. Die ist recht teuer geworden. Und die kann auch eine Summon annullieren. Ähm. Ist ganz geil. Deswegen zweimal. Drei Finsternis-Monster ist halt schon viel, was man braucht. Aber man weiß ja nie gegen, was man spielt. Und auch natürlich den Schlammdrachen. Auch wieder super Poli-Target. Und dann der Classic. Der Hunger-Gift-Fusionsdrache. Und wenn wir vielleicht mal Bock haben auf eine Exis. Einmal den Castell. Und einmal den Abyss-Dweller. Und was natürlich nicht im Extra-Deck fehlen darf. Bang. Die Albtraum-Ritter-Engine. Ich mag den Zebaros nicht so. Wir haben eh genug Target und Bannish. Deswegen brauchen wir den gar nicht. Ähm. Kann man natürlich spielen, wenn man das möchte. Und das war es auch schon mit dem Extra-Deck. Ich habe so viel Geld ausgegeben für das Main-Deck. Dass ich nicht mehr Geld hatte für eine Secret-Rare und Ultra-Rare Phönix und Einhorn. Ja, aber was soll man machen? Ich hoffe aber, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich antworte so schnell wie möglich. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch wirklich gut gefallen hat. Ähm. Und lasst ein Abo da. Da freue ich mich drüber. Und wenn ihr aktuell sein wollt, noch die Glocke aktivieren. Und ja. Dann danke. Bis zum nächsten Mal. Tschödelö. Tschödelö. Tschödelö.